Hi Leute! Willkommen zu nem neuen UNO Video. Zusammen mit den anderen Kekos hier. Oh, ich bin ein Kekko. Ich bin ein Kekko, hi. Ich bin ein Kekko, hi. Da mach ich doch gerne mit. Ach Markus, weißt du was ich sagen wollte? Du hast doch bestimmt ein Plus 2, oder? Ja. Gut. Och Junge. Äh. Ey, Mann! Chris, hast du eine Plus 2 Zielkarte? Äh, ne. Okay, dann nicht. Ey, wann auch? Machst du auch keine, by the way. Das war dann dieses Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Der Wendt heißt Udo. Bis dann und ciao. Ja, ich darf nicht ziehen. Ja, ich darf nicht ziehen. Gut. Oh, nein. Tut mir leid, Markus. Das ist Schatzkrieg, wo ich gezogen habe. Mir tut's leid an Chris. Mir tut's leid an Chris. Ich hab doch jetzt schon richtig Bock, die Brücke zu begrüßen. Hi. Ich bin die Brücke. Äh. Und ich mach auf, ich mach immer auf Brücken Bungee Jumping ohne Seil. Das macht Spaß. Ne, Chris, jetzt musst du warten. Nein, brauchst du es nicht? Fuck. Einen unlustigen Bridge-Joke von Chris zu denken. Ähm, Kobra? Ne, Chris. Jetzt musst du Brütsch. Ne, Chris, jetzt musst du Brütsch. Nein! Haha, Opfer. Idiot. No you. Denn ich hab eine wie you. Also ich hatte mal eine. Und ich geh win. Denn ihr habt alle schlechte Karten. I'm not sorry. Wx. 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 Wx Junge, ich bin zu mal mehr Abwechslung in meinen Karten bekommen. Abwechslung. Das ist keine Abwechslung, das ist der gleiche Joke schon wieder. Ja, ja. Oh, ich könnte es nur so sein, aber ich weiß, dass Max es dann ausnutzt, deswegen mache ich es nicht. Oh, danke. Ja, schön, Max, schön. Ich bin stolz, dass du dich nicht aussetzen lassen hast. Max, du kriegst, Max, du kriegst, du kriegst zwei Stunden, kriegst du nur eine Stunde aus der Reihe. Oh, das finde ich gut. Und zwei Stunden Internet vergut. Hauptsache, Rest wäre bei mir halt eh nicht mal schlimm, weil ich eh fast nie rausgehe. Mike? Ja? Du musst warten. Max? Ja? Entweder Genius oder absoluter Fehler. Ja, scheiße. Geh mal auf, kommt! Skrr. Wir haben nicht, ich habe ja nicht, komm, dreckig! Im Legend, das Game mobbt dich einfach komplett aus dem Existenz und gibt dir einfach Insta plus zwei. Das ist, was noch geiler wäre. Rate mal, was du lootst. Meine Eier. Meine muss wa... Um, um meine zu sein, mache ich das noch einmal. Rate mal, was du lootst. Nein! Meine Karte! Okay. Ich dachte, es hat dann auch mal so ein No-You-Ding rein. Ich hätte es nicht so glatt. Nein! No-You. Max, tu was dagegen! Wow. Ja! Vertrau dir! Nein! Diesmal kann dann mein Speicher nicht sterben. Schön, du, jetzt hast du eine Riesen-Festplatte. Die heißt... Wie heißt die? Press F. So, komm, ich will jetzt einen neuen da raussehen. Einfach gekonnt ignorieren. Es geht nicht, Chris. Es geht nicht. Sechs. Ja, mit sechs, sieben und acht. Oh. Ja, Mike, dafür musst du halt noch einmal. Boah, das ist aber sehr nett. Jetzt kann ich... Nein, jetzt musst du nur noch einmal. Das ist sehr nett, weil jetzt kann ich sie doch legen. Oh. Oh. Nein, ich habe gedrückt. Ich habe gedrückt. Ich habe gedrückt. Er hat es einfach selbst verkackt. Ich schwöre, ich habe gedrückt. Hallo, immer noch kein Uno. Ich habe gedrückt. Ja, Max, siehst du, ich habe auch gedrückt. Doch, grün. Okay, gut zu wissen, was du hast. Nein, nein, nein. Yes. Oh. Das hat immer noch eine richtige Zeit. Nein, Max. Blau. Gelb. Das ist kein Blau. Es ist Gelb. Ja. Mike, es ist sowas angeh... Wie, ja, Mike, geil. Gut, dass du es verstehen. Ey, lass uns verhindern, dass Chris gewinnt. Lass uns verhindern, dass Chris gewinnt. Nice. Ihr habt Gelb gewählt. Ich tue auch nur so. Okay. Wir choksen nur so. Oh, nice. Äh. Chris will aber auch nur das hören, was er hören will, ne? Ich hole mal kurz die Yoshi-Karte im Moment. Wo ist die denn hier? Eigentlich möchte ich dir die Karte geben, aber... Mike ist eh gerade am Suchen, also... Ich glaube, diese Musik in diesem Spiel ist genau das Gegenteil von dem, was wir die ganze Zeit fühlen. Ja. Es ist wie hartz, das ist wie hartz, das ist wie hartz, der bietet dann so oft auf der Opa-Musik. Es ist einfach so pures Jazz hier. Ich bin sehr dankbar. Danke. Fuck. Jetzt bitte, Max, lass mich einmal spielen. Danke. Gewonnen! 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 Oh. Wow. Augennahme beendet. Ähm... Chris? Ja. Ähm... Hätten wir nicht alles zusammenspüren können. Ich bin der Sieger, hier ist der Beweis, ihr seid Loser, ihr kriegt den Preis. AAAAAAAH! What the shit, Nick hat ne tolle Farbe. Ich würde gerne, 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 ich würde gerne. Du würdest gerne dann sein, okay, du bist der Star. Du Hurensohn! Komm Max, zweite Chance. Danke. Hier Chris. Danke Max. Danke dir. Hier, nochmal. Ey, hallo! Hallo? Hallo! Ich bin auch da. Max? Ja? Ich hoffe so sehr, dass du in die 22. Hölle kommst. Ääh, was soll denn das jetzt hier bitte, Max? Ich hab Glück, ich hab Glück, ich hab Glück, ich hab Glück, ich hab Glück. Ich hab Glück, ich hab Glück, ich hab Glück. Ich drück immer, ich drück immer UNOT, bevor ich die Karte leg. Martin, du, ich hab Glück, ich hab Glück, ich hab Glück, ich hab Glück, ich hab Glück. Okay. Hat niemand gefragt, Max, tut mir leid, ich hab immer gefragt. Komm Max, gewinn einfach. Oh, das ist sehr nett von dir. Ich hoffe, du fragst dich in der Hölle. Ja, ich hab doch eine 8. Geil. Nein. Nein. Echt? 3-8, verdammte Wollt. Von mir, die du sogar noch so gefreut hast. So, boah, guys, hab ich, was du magst. So, nope. Äh. Ja, genau. Rolze. 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 Mike, 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 beschwere dich doch einfach nicht. Was soll dieser Betrug? Say the line, Dummy. Was war das denn für ein Betrug? Yay. Schön. Ja, er macht mich sehr stolz. Max. Ich. Ich hab jetzt Spaß im Bett. No you. Nein. Okay, wir haben verloren. GG. Nein, haben wir nicht. Ja, doch, ob wir es nicht blau. Nein. Das mit dem blau war eigentlich nur mein Ding. Ja, 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 ja. Komm, sei leise, das blau. Oh, danke. Ja, schön. Wollte ich doch blau haben, nicht? Hier hast du deinen blau. Bitte schön. Hast du deinen blau. Schön. Ah, jetzt hab ich tatsächlich blau. Danke. Aber Chris, ich gönn dir das nicht. Jetzt musst du warten. Ich glaube nicht, motherfucker. Scheiße. Excuse-moi. Excuse-moi. Warum lasst du dir jetzt was gewinnen? Excuse-moi. Gerade. Oh. Immer depressiv sein, bevor man die Karte legt. Ab dann kann es eigentlich so gut wie immer sein, dass du gewinnst. Okay. Aber ich bin immer depressiv, weil man aber nicht gewonnen hat. Oh. 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 No, you. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Jetzt gewinnt's mal. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Nein. Besser ist es. Ich hätte dich legen sollen. Habe ich das gut gemacht, Daddy? Nein. Ja. Nein. Mami hat jemand gefragt. Ich hab ja Daddy gefragt. No. No, you. Green, green, what's your problem, green? Ja. Let's go. Danke, Chris. Kann ich, Alter, viel drücken? Mami. Ha. Oh, das ist ja aber nett. Chris, das ist doch nochmal. Oh, ich danke dir, Max, das ist viel zu freundlich, Leute. Oh, f- wenn du so nett warst. Oh, ihr Todeteufel, küsst euch endlich! Was willst du da haben, Max? Mhhh, mach irgendwas. Ich hab alles. Ja, ich hab auch alles. Nö! Ich will aber gelb! Ja, dann, ich hab wie gesagt alles. Yoshi-Karte, Mike. Yoshi-Karte. Wie man hat dich gefragt? So, also du wolltest, äh, du wolltest gelb, ne? Ja, ich wollt gelb. Gehen wir erstmal zu blau. Ja, blau ist viel besser. Ja, habt ihr recht, blau ist viel besser. Wer wollte denn gelb haben? Keine Ahnung. Oh, ich hab Bock. Bleib, bleiben wir mal bei den grünen. Ja, bin ich auch für. So. Ja, bin ich auch für. Ja, bin ich auch für. Ne, rot ist meine Lieblingsfarbe. Ne, rot. Ne, neben lila. Ich toleriere es. Ich bin tolerant. Äh, ich hab grad Bock auf gelb. Ich auch. Komm, Max gewinnt. Ja. Geist du, gemacht, Max. Ihr wisst, dass dem Max gerade so viele Punkte, dass er gleich gewinnen wird. Ja. 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 Plus zwei. Ja. Ja. Ach so. Äh. Ach so. Achso, ja, ich muss ja Chris noch abfangen. Deswegen. Hey. Oh mein Gott, oh mein Gott. Danke, direkt von dir. Nein, nein. Doch. Ey, wie viele Punkte bekomme ich nur? Ja guck mal meine Punkte mal an. Oh, hä? Wow. Lol. Ich mag ja so höchst mal eine rote 8. Lamp Oil. Bro. Bombs. You want it? It's you, Matthias, my friend. As long as we have enough enough to do. It's out of context. Nobody ask. Sask. Sask. Sasuke. 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 Ich wollte, dass du zieht, damit ich dich ziehen kann. Schön, dass ich ein Ei legen darf. Okay. Schön, dass ich ziehen darf. Und wie du das Eis meinst, Chris. Das ist ein geiles Day. Okay, ist ein geiles Feature, ist ein geiler Gameplay-Mechanik. Eier legen. Schütz-schütz-rechtlich verzockt. Hört sich an wie ein Iyoshi. Ich werde mich niemals aufhalten. Haha, niemals. Hey, was sollte das denn? Ihr werdet mich niemals aufhalten. Aber ich habe die falsche Farbe, fuck. Ähm, daran arbeiten wir noch. Na, ha, ha, ha. Nein! Du Spaß! Na, ha, ha, ha! Was geht, Freunde? Der Lenny wird noch hier. Oh, jetzt. Oh nein! Oh mein Gott! Ja! Das ist gut! Jetzt gehört Mike. Ja! Mike hat die wenigsten Punkte. Mike hat die wenigsten Punkte. Mike hat die wenigsten Punkte. Hä, wie geht das die zwei Karten, weißt du? Hä? Lol. Oh, ha, ha, ha. Oh, so. I won! Da. Die Juan-Di.. Die Juan-Di.. Die Juan-Di.. Die, die... Die Juan-Di.. Die. Die. Die Mögel-Di... Die-van. Die. Die. Die, die. Die, die. Die, die, die denn die! Bis zum nächsten Mal.